Du Onkel, ja, was ist denn dein Geheimnis? Mein Geheimnis? Vitamin D3, Chrom und ein paar Supplemente. Und esst die Sachen, die dir Spaß machen. Also unbedingt ein Schnittlauchbrot diese Woche noch, habe ich mir vorhin genommen. Kleine Ziele. Denn wer seine Wünsche im Zaum hält, der ist steinreich. Es ist wirklich so einfach. Die Sprossen kosten fast ja nichts, wenn du gut einkaufst. Und du musst dir nicht die teuren Sachen reinziehen. Bei Feinkoßalbrich zum Beispiel. 4,50 Tomaten. Ich hole mir denn lieber für 2 Euro, 2 Wüchsen Tomatenmark und habe die guten Sachen. Onkel, hast du schon wieder schön klug geschissen? Ja, Montagmorgen. Ich muss nicht an der Bushaltestelle stehen oder mit einer Zahnbürste im Auge irgendwie über der Autobahn piercen, um irgendwo früh anzukommen. Nee, lass ich sein. Onkel, lach nicht so dreckig. Ich kann nicht anders. Oh, mein Gott. Das war's.